Also ich finde es ganz besonders wichtig für die Entwicklung der Jugendlichen von heute, dass man zum Beispiel gemeinsam musiziert. Die Anneloche, mein Sohn und ich tun das ja auch. Kriminelle Energie, wo immer sie, wieder ein Politiker, der flieh auf unsere Kosten, in ferne Länder liegen da, was sich voll frisst, dann in der Sonne liegen, in der Sonne liegen auch in Deutschland, der Renner fliegt, sind dazu gezwungen, all die Wahlen für Millionen Penner, man könnte sie auch Abzellose nennen, doch ändert das nichts, nur an die einen Penwert, Raffzäde, sich bereicher, finanzielle Potenziale, auch wie Barkonten speichern, Politiker, versäumen vieles von der vollen Hoffnung, die im primären Ziel ist, doch ich kann sie verschiedentlich wieder über Essen gehen, Kosten anderer, ferne Länder sehen, es ist kein Roman, sondern die Wirklichkeit, Ich, wie meine Kollegen, habe nie ein Staatsbürgermeister, breiche, nie breiche. Herr Kohl in der Auskunft? Treib mir da. Herr Weigl in der Auskunft? Treib mir da. Herr Streibler in der Auskunft? Treib mir da. Alle Abschlüsse raus. Armer Honni, bist du krank, dass du nicht mehr morden kannst? Armer Honni, bist du krank, dass du nicht mehr morden kannst? Armer Honni, bist du krank, dass du nicht mehr morden kannst? Schießbefehl, 2, 3, 4, das kleine Verbrechen lohnt nicht mehr, große Verbrecher, die müssen her. Die werden so was bezahlen, die gar kosten für die Wahlen, das Dienst hat doch den Plan, den Scherz nicht auszumachen, Betankter für die Kosten, keine Mann auf keine Posten, Schattel für den Ost, komm ich Panzer, lass die Rosten, AC. Von uns wird nie was ab, geht aus Braun, nicht für ne Farbe mehr, steht wie in Zahlen, wie blöd, wackern uns ab. Recht ist gesorgt, autonomes Pakt, Koalition mit den Nazis, voll tun sie alle, doch keiner magt. Hör mir nichts zu, holst schon alles für Geld, du Politiker, alles korrupte Schweine, weißt, was ich meine, das A-Team, mach Politikern Beine. Meine Kollegen, ich habe nie ein Staatsbürgermeister, nie Preise, nie Preise. Herr Kohl, eine Auskunft, Herr Weigl, eine Auskunft, Herr Streibl, eine Auskunft, Herr Streibl, eine Auskunft, Herr Lassenbrot. Das gab's doch schon mal, Jude, verrecke, schon damals das Schema, mach geiler Säcke, heut geht man sich anders, nimmt Ausländer auf. Und nur wenn es not, wenn nicht, geht ihr drauf, steckt so ein korruptes Politikerschwein in ein brennendes Asylhörberheim, denn indirekt haben sie diese angestellt. Das A-Team, sagt ihr, was du bist, rechter Wichser, mieser Faschist, autonomer Schwachkopf, linke Sau, Eximisten wie diese, ab in den Bau, der Deut geht ja hin und nicht nach Berlin, politischer Eins, auf keine Chance zu fliehen, und sollte sich Schecks aus ihren Jackett ziehen, foltert sie und richtet sie hin. Also, ich muss ehrlich sagen, was die Jungs von A-Team hier von sich gebten, das macht mich echt betroffen. Ich und meine Kollegen haben uns nie an Staatsgeldern bereichert. Öh.